In die letzten Jahre hat unsere Prachtproduktion bekanntgestell bei Autspice und uns kehrt zurück zum 17 Dezember. Hier ist ein kleines Blick über unsere erste Tour in Oktober nach der Blom in der Drama Factory in die Kaap. Ich dachte, das ist ein Blaschen, so ein Kaap-Bieschen. Hier stand Franku recht gut. Da geht meine Ingebrecht. Das ist ein Blaschen, so ein Blaschen, so ein Blaschen.